natürlich sicher pille palle pipeline ja weiß dass das ist das ist das verkehrt rum spiel wo links rechts ist ja und wo oben unten ist aber es gibt einen trick bei ich müsste jetzt einfach nur die steuerung ändern die x- und y-öchse einfach ändern dafür ist das spiel nicht gedacht wenn du wieder an die oberfläche kommt muss wieder umdenken da war mir schon klar dass das durch diese flüssigkeit ist aber ich mag es aber das ist so einst gechillte ich hätte jetzt gerne berg level aber es kommt leider nicht vor allem du kannst das ja auch viele behaupten dass ich das könnte aber ich kann es eigentlich nicht aber das nur mit lenken oder wie er ist nur mit lenken aber ja auch müssen das mit den knöpfen werde ja obwohl dann könntest du einfach mal umstecken ja gut aber das original kannst du es ja nicht umstellen aber hier ja ich kann es auch ein bisschen mies macht ja gar keinen spaß dann habe ich es nicht vorunter ging ja das ist hoch und runter kann ich nicht links und rechts ist es easy hoch und runter ist nervig ja wenn du wenn du runter schwimmen willst musst du hoch drücken aber wenn du die schnell runter machen willst du so hoch da muss runter und schnell schwimmen machen das bist du immer felsenfest heißt auch felsenfest das fest wo du feiern gehst aber ich mag das selber jetzt schon nicht warum du brauchst ja nur von muss ja nur ans ende gehen und wenn das fast ist muss ganz schnell rüber schwimmen nach rüber er war ständig gibt dir super gute tipps ich weiß das doch selber krieg das noch nicht hin ich bin doch immer wieder ein doggykonk bin ich der beste doggy im spiel das gibt ja welche die rasen hier durch wie noch und nöger sagt ja funk ja da weiß ja alles ausfindig aber es gibt noch welche die noch schneller als funk sind ja klar ich schaffe das sogar ohne zu sterben und steben stirbt ja auch keiner mal aber wieso nicht dann kann man ja ruhig mal wir nutzen auch die die w fässer die darüber finden kannst es gibt ja fässer die teleportieren nicht direkt zum level ende aber die musst du auch erstmal auswendig können der einzige weiß ist nur im baumlevel ich hab keinen bock drauf hab jetzt geschafft ach guck mal und da bist du vorgestorben und da war es safe ist auch gemein bei dem doggykonk brauchen wir jetzt am längsten kann das sein ich weiß ich gar nicht gar nicht oder tag eins ist schwer länger gewesen ach pixi war da auch irgendwo er heißt aber nicht pixi er ist irgendwas mit er ich rolloch so spanisch ich weiß was er eigentlich nicht so weiß ich hab's aber gesagt er ist der erste sind 45 folgen hier sind es doch gar nicht so viele oder ich weiß gar nicht wie viele wir haben hier zwei stunden hat zehn minuten sind gar nicht so viele bei mir sind es noch weniger weil ich ja 15 minuten mache der zweite teil hat der zweite teil hat 85 folgen jo stimmt der zweite war der ach mit digi's conquest genau 26 folgen sind das bis jetzt bei dem bei mir ach jetzt geht mein internet davor nein jetzt haben sie alle gesehen was ich nebenbei mache ja warum machst du auch fensteraufnahme statt gameaufnahme weil bei mir das nur so funktioniert ich weiß nicht warum war ich hier ein was war hier unten eine münze nur so eine münze auch nicht nur eine münze nur eine münze nur eine räudige münze 21 folgen habe ich jetzt mit also bis jetzt gehabt also jetzt noch eine stunde sind nochmal sechs und wie lange nehmen wir jetzt 24 minuten 21 21 folgen ja habe ich nur 22 folgen beim zweiten teil und der erste teil 49 22 22 folgen eine zweite glaube ich dann drei mehr als du und ich glaube ich die letzten folgen lange geschnitten habe wie ich lange gelassen habe da war der sack 22 22 22 22 23 25 24 27 23 24 24 24 25 ich hab's ja auch so pech gehabt schloss chaos kommt auch noch ein level kommt doch dann noch was ist das ding in der mitte wo eigentlich noch was auftaucht ich glaub das war das bonus okay mal ist das müß ich bin scratch master donkey kong scratch scratch laber mich nicht voll hat wird es wert schon geschafft wollen schon viele was es war denn ich hab was für dich nachher stimmt ich lasse den entgegner ja so ein kleiner propeller im fetten sack halten kann ja gut aerodynamik der schwebt ja nur so leicht über luft also ist ja schon okay fliegt ja nicht richtig ja trotz